Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über neuste Meldungen zur aktuellen Inflation, denn das Statistische Bundesamt meldete für September den höchsten Anstieg der vergangenen 13 Jahre. Experten schlagen bereits Alarm und sind sich sicher, dass dieser Anstieg erst der Anfang war, da sich auch Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, die als Vorstufe der allgemeinen Teuerung gelten, deutlich verteuert haben. Ebenfalls schauen wir uns in diesem Video den Kaufkraftverlust des Euros seit Einführung an. Sieht man sich das ganze Ausmaß des Euros genau an, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass das Ende des Euros nicht mehr weit sein kann. Wenn ihr alle Details erfahren wollt, dann bleibt dran. Seit einigen Monaten ist das Schreckgespenst Inflation nicht nur zurück, sondern es zieht die Zügel auch deutlich an. Am 13. Oktober meldete das Statistische Bundesamt eine Teuerung von 4,1%. Die Inflation im Euroraum hat sich damit weiter verstärkt und den höchsten Stand seit 13 Jahren erreicht. So überschritt die Inflationsrate zum Beispiel die Marke von 3% letztmalig während der Finanzkrise 2008. Wenn selbst die offiziellen Zahlen jetzt schon bei 4% liegen, kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet. Aber dazu später mehr. Für den Ökonom und Leiter des Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und öffentliche Finanzwirtschaft am ZEW Mannheim, Friedrich Heinemann ist dies keine Überraschung. Schon im Sommer ging der Experte davon aus, dass ein Anstieg der Inflation erst der Anfang ist, und wir in den nächsten Monaten den stärksten Inflationsschub der letzten drei Jahrzehnte erleben werden. Die Süddeutsche Zeitung berichtete hierzu. Zitat. Damit rechnen die meisten Experten, Inflationsraten von mehr als 4% sind in Reichweite. In den nächsten Monaten dürfte Deutschland den stärksten Inflationsschub seit drei Jahrzehnten erleben, sagte Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Auch wenn die preistreibenden Effekte nur von vorübergehender Natur seien, dürfe man die Folgen und Risiken des Inflationsanstiegs nicht verharmlosen, sagte er. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Nach Angaben von Destates verteuerte sich im September beispielsweise Energie zum Vorjahresmonat um 17,6%. Industriegüter sind im Jahresvergleich um 2,1% und Lebensmittelpreise um 2% gestiegen. Dienstleistungen waren 1,7% teurer. Dass die Lebensmittelpreise nur um 2% gestiegen sind, klingt eher wie ein frommer Wunsch. Viele Dienstleistungsbranchen wie die Gastronomie oder auch Hotellerie, sowie Friseure, die von den vergangenen Lockdowns besonders hart getroffen wurden, verlangen nun höhere Preise, um ihre Verluste ein Stück weit auszugleichen. Auch Lieferengpässe treiben aktuell die Preise deutlich in die Höhe. Zudem ist damit zu rechnen, dass auch psychologische Effekte die Inflation weiter befeuern könnten. So erklärte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass zwar klassische Inflationstreiber wie Lohndruck, Konsum oder Produktionskosten derzeit eher moderat wirken, jedoch ein Risiko auch aufgrund Inflationserwartungen bestünde und infolgedessen eine Lohnpreisspirale in Gang gesetzt werden könnte. Auch die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, die als Vorstufe der allgemeinen Teuerung gelten, stiegen im September um 14,2 Prozent zum Vorjahr und sind damit so stark gestiegen wie seit der ersten Ölkrise im Oktober 1974. Für viele bedeutet die aktuelle Inflation Einschnitte im Alltag, denn bei dem Großteil der Bevölkerung kann die Inflation über steigende Löhne und Gehälter gar nicht ausgeglichen werden. Auch all jene, die ihr Geld vorrangig auf einem Schiro- oder Tagesgeldkonto, einem Sparbuch oder in Form von Barbeständen halten, werden zukünftig noch viel stärker als eh schon die letzten Jahre unter einem deutlichen Kaufkraftverlust leiden. Denn mit der aktuell anhaltenden Niedrig- und Nullzinspolitik kann auch so die Inflation nicht ausgeglichen werden, und der Kaufkraftverlust überträgt sich direkt auf unser Erspartes. Welt.de berichtete hierzu. Zitat. Zitat Ende Sparer, die der Inflation entgehen wollen, bleibt somit keine andere Wahl als in andere Assets wie Immobilien, Edelmetalle und Aktien oder zur Beimischung auch in Kryptos zu flüchten. Am sinnvollsten ist immer eine breite Diversifikation in sämtlichen Anlageklassen. Die Gewinner der Inflation sind, zum einen Erwerbstätige und Firmen, die Monopolstellungen besitzen und dementsprechend die Preise diktieren und deutlich anheben können. Zum anderen selbstverständlich auch der Staat, der als größter Gewinner der Inflation gilt. Denn auch die Steuern und Abgaben steigen mit den Preisen, sodass Bund, Länder und Gemeinden mit der Inflation auch deutlich mehr einnehmen. So wies ZEW-Ökonom Heinemann darauf hin, dass wir vor allem bei der progressiven Einkommensteuer für den Staat durch die Inflation mit hohen Steuermehreinnahmen rechnen können. Zudem wird über die Negativverzinsung der Staatsanleihen die reale Last der Staatsverschuldung weiter herabgesenkt. Kommen wir noch einmal zurück auf die offiziellen Inflationszahlen, denn in diesem Zusammenhang sollte man darauf hinweisen, dass es sich bei den offiziellen Inflationszahlen um einen ständig abgeänderten Warenkorb handelt, und dieser wird auf Basis des harmonisierten Verbraucherpreisindex berechnet. Berücksichtigt werden bei dieser Berechnung keine Teuerungen von Aktien oder selbstgenutztem Wohnungseigentum, auch öffentliche Waren wie Bildung oder Gesundheit sind nicht enthalten. Des Weiteren wird die Gewichtung der einzelnen Warengruppen so angepasst, dass die Inflation etwas freundlicher erscheint. Die wahre Inflation dürfte somit wesentlich höher sein, da die Regierung durch die lockere Geldpolitik und durch Überbrückungshilfen sowie Konjunkturpakete im vergangenen Jahr die Nachfrage nach Vermögensgütern massiv nach oben getrieben hat. Hinzu kommt, dass die Teuerungen gerade im Servicebereich nur auf Schätzungen beruhen, da während des Lockdowns keine Preise für den Friseurbesuch, Konzerte oder Kinovorführungen ermittelt werden konnten, da viele Dienstleistungen gar nicht angeboten wurden. Hier muss man erstmal die nächsten Monate abwarten wie sich alles weiterentwickelt. Kritiker weisen im Bezug auf die veröffentlichten Inflationszahlen immer wieder darauf hin, dass Mechanismen zur Berechnung der Teuerung aktualisiert werden müssten, um so beispielsweise auch die empfundene und tatsächliche Inflation für die Bevölkerung besser darstellen zu können. So warnte beispielsweise VWL-Professor Philipp Bargus davor, dass man den offiziellen Teuerungsraten gar nicht trauen dürfte. So sagte er folgendes dazu. Zitat. Zitat Ende. Die EZB hat mit der massiven Ausweitung der Geldmenge zu dem Inflationsschub massiv beigetragen. Doch diese macht vor allem den Basiseffekt für die aktuell gestiegenen Verbraucherpreise verantwortlich, da in der zweiten Jahreshälfte 2020 die Bundesregierung die Mehrwertsteuer gesenkt hatte, sodass nun der Preisdruck im Zwölfmonatsvergleich nach oben verzehrt wird. Vielen Ökonomen zufolge hätte die EZB somit in Anbetracht der wahren Inflation schon längst ihre Geldpolitik ändern müssen, um ihrer Pflicht zur Gewährleistung der Geldwertstabilität nachzukommen. Doch mit den aktuellen Zahlen hält die EZB am Nullzins und den massiven Anleihekurven bis zu jenem Punkt fest, an dem die Inflation nachhaltig auf 2% steigt. Das Problem hierbei ist nur, wer legt den Warenkorb fest, der am Ende zur Berechnung der Inflationsrate dient, die von der EZB als Maßstab für die Geldpolitik angenommen wird. Hier ahnt man bereits, wo das am Ende hinführen wird. In einer Mitteilung hieß es, dass die Zinsen auf dem derzeitigen oder noch niedrigerem Niveau verbleiben, solange die Inflation nicht dauerhaft und weit vor Ende 2023 bei der Zielmarke von 2% liegen. Das könne aber auch bedeuten, dass die Inflationsrate phasenweise in Übertreibungen über der 2%-Marke liegt. Bereits Ende Juni hatte die EZB auf die Forderung selbstgenutztes Wohneigentum in die Berechnung des harmonisierten Verbraucherpreisindex aufzunehmen reagiert. Notenbänker hatten sich auf einer Klausurtagung des EZB-Rats verständigt, dass selbstgenutztes Wohneigentum bei der Berechnung in Zukunft mit einbezogen werden soll. Ob und wann es zu einem solchen Schritt kommt ist allerdings noch unklar. Hierfür sind politische Beschlüsse auf EU-Ebene notwendig, auf welche die EZB keinen Einfluss hat. Aktienkurse sollen laut der Leiterin der Gruppe Preise beim Statistischen Bundesamt Susanne Hagenkord-Rieger zukünftig aber nicht mit eingerechnet werden, da Preisschwankungen von Vermögenswerten keinen unmittelbaren Einfluss auf die Kaufkraft des Euro für die Lebenshaltung hätten. In diesem Zusammenhang lohnt auch ein Blick auf den Kaufkraftverlust des Euros seit Einführung gegenüber Gold. Und was denkt ihr? Wie hoch ist die Inflation bei uns tatsächlich? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience